hallo und herzlich willkommen zu der ersten folge horizon case turbo wir schauen mal in die world tour ein world tour ein ich habe es noch nie gespielt wir werden schon überleben ganz eigentlich ganz charmant von denen und den von der grafik her okay ich habe nichts gesagt wobei das ist schon cool ne das ist so ein bisschen so wie halt früher läuft bei uns oder ist das eine clipse da vorne jawohl mit niedrung ja leute wenn wir jetzt im cls nicht da reingefahren schubrakete jetzt aber gleich erster ne so einfach war das das hat schon ein bisschen charme oder haben wir jetzt den ersten überrundet so keine freunde Keine Upgrades installiert, können wir die tunen? Ja, ich wollte da ein bisschen Luft lassen. Ah, guck mal, da sind die Steine auf der Fahrbahn gewesen. So, hier kommt der Leich-Nocker-Naut-D. Und? Oder waren die das? Ich glaube, einer war noch in der Doppelreihe, die hatte ich auch nicht eingesammelt. Ne, Sprit hier, genau. Aber ich glaube, die kommt immer wieder. Ha! Okay, die habe ich nicht eingesammelt, muss ich in der nächsten Runde machen. Boah! Die Jungs! Also, man kann nicht nach hinten gucken, okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass wir nicht Dritter werden. Don Toretto müssen wir da vorne einholen. Eingeholt. So, easy! Ja, 130. Und ein Token, was wir auch immer damit machen können. Panamera oder was ist das? Und ein schön, passt der Bude raus, oder? So, gehen wir überall noch kurz vorbei hier mit unserem neuen Gefährt. R8 ist auch dabei. Oh, jetzt sind wir einmal Nitro auf. Das ist sehr schön. Ach, komm schon, Leute. Machen wir uns da nicht viel vor, ne? Der Papa muss das gewinnen. So eine orange Farbe hat er da gehabt. Egal. Letzte Runde, ne? Dritte? Ne, vier. Cool. Aber vielleicht doch Glück. Können Sie gleich nochmal snacken. So, da ist der erste überrundet. Das gibt natürlich jetzt ein Thema, ne? Wenn die langsam hier noch rumfahren. Ja, ich weiß, aber habe ich jetzt nicht so pfiffig geregelt. So. Ja, wenn das nichts ist hier. Das will ich. Dann kann ich meine Autos jetzt upgraden. Den nehmen wir noch mit hier, oder? Ja, war richtig, ne? Ach, komm, mit deinem Giron, Giron, hier Butter, Auto. Das sah gerade aus, als in der Rückwärtshahnbild hier, der Ferrari. Da müssen wir mal ein bisschen sputen, hier. Das hat noch vier Kurven, ne? Wollen wir sagen lassen, dreimal rechts ist auch einmal links. Ach, komm schon. Leider habe ich keinen Boost mehr. Weiter. Ja, der erste hier. So, auch erster Platz. Läuft bei uns. Neues Upgrade-Paket freigeschaltet. Fündigkeit und Niederung auf jeden Fall. Alle Autos. Läuft bei uns. Ja, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, das sieht schon cool aus. Oh, ein bisschen was haben wir hier auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Lasst mir ein Abo oder lasst mir ein Like da. Bis später, man. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.